Ich bin mutig, ich gehe nach vorne. Ach, nee. Oh Gott! Rackenruh! Max! Bei Martina alias Mandy, das war so lustig, weil ich Martina auch so gut kenne und ich gesehen habe, dass sie selber kämpfen musste. Ich habe... Warte denn. Ich werde, so ist es richtig, heute einen Song performen, den ich mir selber... ...ausgedacht... ...komponiert... ...und inszeniert habe! ...und zwar extra Nühe für... ...Milch! Yeah! Hiha! Oh, krass! Wenn Martina als Mandy da rauskommt, das ist halt so... ...Mandy ist wirklich un... ...un... ...F im Fassbar! So! Pass auf! Äh... Bei dem Son... ...Handelt es sich um eine Ballade... ...nicht zu verwechseln mit einer Banane! ...Mmm... ...Mmm... ...Eine... ...Ballade ist weder gelb... ...noch grün... ...Mit Banane! Aber... ...sie hat viel Inhalt... ...und der geht die... ...ja... ...und darum geht's! Es geht um Gefühle... ...Emotionen... ...und um die Verarbeitung dieser... Ja, was? Habt ihr das? Soweit? So! So! Also! Und... Und dann? Also die Bearbeitung dieser... Oh! Hiha! Oh! 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 Hey, ho! Let's go! Ey, ey, ey! In dem Song... ...also verabert ich meinen ganzen psychischen Stress... ...und deswegen heißt der Song auch... ...Eine Mene Mama, wer frisst Poppel? Ohhhh! ...oder... ...Ramba Zamba in der Mamba, ich bin noch unentschlossen. Habt ihr Bock? Ja! Achtung! Kick-Ball-Change, 5, 3, Kick-Ball-Change! Oh Gott! Bisschen ist Macht! Wie nennt man den Stoff, der an der Stange am Fenster hängt? Gardine! Weiter geht's! Der Unter und sein Bruder! Die Teil nennt sich ein Ruder! Keiner ist cooler als ich! Ich bin der Hit! Ich bin stärker als Karate-Kid! Und jetzt kommt noch die Message von dem Song! Pass auf! Rock'n'Roll! Keine Message, keine Message! Wir sind alle Leberwiesen! Auch der Uhu ist mal eins gewesen! Dann wurde er ein Klebestift! Warum interessiert mich nicht? Ich habe fertig! Und verabscheue mich! Ich bin gemüt! Oh, ich musste so fast lachen! Ich bin doch für Sie! Ich bin doch fast!